Es ist sehr laut. Eine Art, wo man andere Leute auf Kunst reinzeichnen lassen kann. Oh, wie cool. Das ist ja mega. Schwierigkeit normal zum Starten drücken. Ähm, Spielt man das, Kingdom spielt man das lieber mit Controller oder mit Maus und Tastatur? Ich glaube, ich spiele das mal mit Controller. Ich glaube, mit Controller ist das ganz gut. Was hast du gesagt? Ich höre eher so... Was hast du gesagt? Ich höre nicht so schlecht. Ähm, soll ich... Ich mache mal die Stream-Avatar aus, ne? Weil die sind dann, glaube ich, im ganzen Geschehen. Und ich werde mich mal wahrscheinlich dann auch mal irgendwie anders platzieren. Äh, weil ich glaube, alles... Bei dem Spiel funktioniert alles hier unten in dieser Leiste, also in dem Bereich. Und ich werde mich ja irgendwo nach oben in die Ecke verdrücken. Sekunde. Boah, guck mal. Ah, was war das? Das sieht doch bestimmt gut aus. Ich glaube, hier kann ich ganz gut hantieren. Ja, lass es euch gehen. So. Kati-Check. Oh, danke. Danke. Danke für die Kati. Habe ich nicht dran gedacht. So. Dann checken wir mal. Kingdom 80s Summer of Greed. Schwierigkeit normal. 80s ist ein einzigartiges Erlebnis der Kingdom-Reihe. Wir empfehlen Spielern, die diese Reihe noch nicht kennen, die Schwierigkeit normal. Bei dran sollten die Schwierigkeit auf schwer oder verflucht erhöhen. Wir bleiben mal auf normal, wie immer. Geil. Hey. What? 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 Untertitelung. BR 2018 Splatteradatch. Wir müssen unbedingt mal den Sound einstellen. Episode 1. Ein Sommer im Lager Königreich. Ähm. Camp Kingdom. Ich habe dich gesucht, gesucht. Ich habe dich gesucht. Du musst die Krone der Schöpfung nehmen. Schöpfung nehmen. Hier anhalten. Nach unten wischen und gedrückt halten, um das Lager aufzuschlagen. Hä? Was? Nach unten wischen. Also A gedrückt halten ist nach unten wischen. Hä? Ich glaube, ich glaube, das ist irgendwie... Ich glaube, das ist irgendwie... Moment. Ich glaube, der hat gerade irgendwie ein, ein, äh... Touchscreen. Hey! Wieder mal einen Bug gefunden. Ich mache erst mal das Game ein bisschen leiser, ne? So. Das sollte, glaube ich, gehen, oder? Banner setzen. Was? Ach so, Moment. Ja? Er glaubt, wir spielen mit... 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 Mit Touch. Ähm. Ich glaube... Ich... Ich glaube, da... Da stimmt was nicht. Ich glaube, wir müssen mal das Game neu starten. Ähm. Wir starten mal eben kurz neu. Doof, Alter. Yeah! Der Bugfinder, wuuuuhu, gefunden. Okay. Nochmal von vorne. Ah, jetzt geht's. Moment. Rekrutiere zwei Kinder. Mauer. Antippen, um Münzen fallen zu lassen. Tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch-tsch. Ich... Ich besteche Kinder. Ich besteche Kinder. Ernsthaft? Ernsthaft? Hier entlang. Hier entlang. Hier entlang. Bogenschützen verteidigen die Mauer. Und gehen jagen, um Münzen zu finden. Gedrückt halt, um ein Bogen zu kaufen. Bogenschützen gehen, jagen, um Münzen zu finden. Wuhu! Was? Hier entlang! Hier entlang! Arbeiter, das sind alles Kinder! Das sind alles Kinderarbeiter, was? Arbeiter errichten Mauern und fällen Bäume, um Münzen zu erhalten. Gedrückt halten, um einen Hammer zu kaufen. Warte, bis ein Kind einen Hammer nimmt! Alter, voll die Kinderarbeit hier. Ja, voll die Kinderarbeit hier. Mauern halten die Habgierigen bei Nachtsherren. Meine Mauern hat schon Frau. Mauern halten die... Warte, bis die Arbeiter... Kinderarbeiter! Mit dem Baum fertig sind. Ich distanziere mich von diesem Spiel. Da wo denn jetzt? Hier entlang! Gedrückt halt, um einen Baum zu fällen. Nächste Mal hier, um den Lager zu verbessern. Lager zu verbessern. Hier entlang! Rekrutiere zwei Kinder! Mehr Bogenschützen! Mehr Bogenschützen. Mehr Hilfe, mehr Hammer, mehr Arbeiterkinder. Lass rufe zu Hause. Lass rufe zu Hause. Lass rufe zu Hause. Okay. I will send you to Jesus. Dann melden wir uns so schnell wie möglich. Was? Ich hab... Mist, ich hab nichts gelesen da unten. Ich muss einen Fick finden, dahin finden. Wären doch nur die Straßen nicht blockiert. Was? Mist, ich hab nichts gelesen. Vielleicht kann ich das Kanu zurückholen und dem Fluss nach Hause folgen. Mist, was stand denn da jetzt unten? Verdammt. Ich hab den Untertitel nicht gelesen. Du brauchst das Kanu. Was? Da haut die einfach ab. Ich glaub, ich spinne. Hä? Und Hilfe von einem Freund. Oder auch zwei. Okay? Also. Sehr gut. Falscher Button. Jetzt liegt es an dir. Ja, ja, ja. Oh. 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 Das war's für heute. Ich bitte um Verzeihung, euer Entsetzen. Das ist schade. Gut, ihr konntet ja lesen. Ja, Mikro geht jetzt wieder. Ich soll ne Trophäe finden. Ah. Ich geb die Münze wieder auf. Ja, ich hab vergessen, Knopf zu drücken. Okay, ich bin gar nicht so sicher, was ich hier alles machen soll. Ich hol mir mal noch einen Jäger. Wir haben noch zwei Münzen. Aber wir brauchen noch Kinder, ne? Gib mir die Münzen. Jawoll! Kinder, wir brauchen mehr Kinder. Was ist das hier? Ach, ne Mauer. Ah, okay. Aber das ist der Town Hall. Okay. Noch ein Hammer. Hä, wo haben wir nochmal die Kinder gekauft? Ich hör wieder das anzuhören. Nina, wo wüsste sie es gerade bei Mini-Dino tatsächlich? Wo kaufe ich denn Kinder? Hier, ne? Einfach Münzen fallen lassen war das, ne? Jetzt haben wir natürlich keine mehr. Mist. Oder Kinder bestechen passt, glaube ich, besser, ne? Wir müssen ja mal Kinder bestechen hier. Sehr gut. Ich bin halt nur nicht so sicher, was man hier alles machen kann. Ah, hier ist auch nochmal... Oh, okay. Okay, 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 okay. Ich check das noch nicht, wie das mit dem Boost funktioniert. Wir brauchen Feuer. Okay. Ah, danke. Okay, ich weiß noch nicht so ganz genau. Also jetzt mal, jetzt mal, ähm, ne? Achso, wir müssen noch gucken, was die... Was die Dame da hinten braucht, ne? Oh, oh, was, was, was ist das? Oh, da kommen... Da kommen irgendwelche Viecher an. Gut, dass wir eine Mauer da aufgebaut haben, ey. Aber von hier kam jetzt nichts an, ne? Camp Kingdom. Ah, die Mucke ist mega, ne? Muss ich ja mal ehrlich sagen. Ah, so funktioniert das mit dem Boost. Zweiter Tag. Tö, 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 tö. So, was mit dir? So, ich will mal sehen, wie die Widerlinge jetzt hier reinkommen. Hey, dich hab ich schon von Weitem kommen sehen. Gar nicht übel. Willst du mir mit meiner Hilfe, um hier rauszukommen? Ich komm erst runter, wenn wir... Wenn mir nichts passiert. Alter, da haben die auch noch alle Ansprüche hier. Erweitere der Sicherheit halber die Mauern. Okay, also wir müssen bis hierhin... Bis hierhin, äh, bauen. Und wir brauchen eine Trophäe. Ja, er damit... Meine, meine Münze. Was ist das? Ach, noch eine Mauer. Okay. Ah. Wir brauchen gerade jede Münze in der Tasche. Zwei haben wir. Sehr schön. Wir kaufen uns noch ein Kind ein. Das kann jetzt nochmal hammern gehen. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Wir bräuchten noch mehr Jäger, ne? Für mehr Kohle. Noch mehr Jägerskinder. Ich glaub, wir, äh, holen uns auf jeden Fall noch ein paar, äh, 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 Kinderjäger ein. Kaufen uns ein paar Kinderjäger ein, Mann. Übrigens hätte ich unten bleiben können, ne? Fällt mir grad mal so auf. Weil unten passiert ja nichts. Es ist doch in der Mitte des Bildschirms. Ich glaub, ich setz mich wieder hier runter. Oh, warte mal. Ich glaub, das mach ich mal eben schnell. Sekunde, Sekunde. So, guck mal. Ist doch viel besser hier unten, oder? Ich störe doch tatsächlich dann sehr viel weniger. Oh, es wird schon wieder Nacht. Heilige. Tag geht ganz schön schnell rum. Ich habe keine Münzen mehr. Ich brauche Kohle. Hier ist eine Fischerei anscheinend. Okay, also je weiter ich die Mauern... Die Mauernbegrenzung... Also je mehr ich die Mauernbegrenzung erweitere, desto mehr Gadgets bekomme ich. Was war das? Wo sind denn die Jäger hier? Ich brauche mal ein paar Münzen, bitte. Haben die nichts gefangen, ey? Oh, damn. Kann ich eigentlich selber... Was war das? Die Kette dreht immer durch. Ah, okay. Ich muss immer... Antreten. Anfeuern. Okay, ich... Ich bin gerade so ein bisschen am Eideln und weiß nicht so richtig, was ich... Oh. Was ich machen soll. Kann ich eigentlich irgendwas aktiv machen oder ist das alles eher so eine Passivsache? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Wir gucken mal, was es da noch so gibt. Wir fahren mal einfach weiter. Äh, die Bäume sind ja voller lila Goo, ey. Yeah, wir haben noch einen Tag geschafft. Hm, ich höre da draußen immer noch Monster. Ja. Oh, was ist das? Ich habe keine Münzen. Aber hier gibt es noch Kinder. Ah, okay. Oh, da hast du eine Trophäe. Und ich habe keine Münzen. Okay, wir wissen, wo wir die Trophäe herkriegen. Das ist schon mal gut. Ich habe die Münzen. Oh, ey. Ich gehe gerade ein bisschen auf... 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 Auf dem Grundfleisch. Zahnfleisch. I don't know. Ich laufe auf dem Zahnfleisch. Danke. Der Grundfleisch ist auch gut, Alter. Ich laufe auf dem Grundfleisch. Leute, ich brauche Münzen. Ernsthaft jetzt. Wir gucken mal, was da noch weiter hinten ist. Ich sollte vielleicht mal die Tiere in deren Richtung treiben. Oh, was ist das? Nice. Erstmal Kinder einkaufen. Äh. Okay, was auch immer das ist. Komm schon. Beweg dich. Warum gehst du weg? Ich wollte dich doch dahin treiben, nicht wegtreiben. Yeah. Los. Los. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Jägers. Jäger. Ich laufe auf dem Grundfleisch. Ha, 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 ha. Was ist das hier eigentlich? Einfach nur so eine Hütte anscheinend. Ah, nee, die Trophäe. Wir müssen die Trophäe holen. Auf geht's. Wir holen die Trophäe. Dann haben wir nochmal so ein Compadre. Und nach rechts müssen wir erweitern. Oh, shit. Ey, nein. Ich kann nicht mehr sprinten. Nein, die klauen mir meine Münzen. Ich kann nicht mehr. Nein. Junge, gib Gummi. Sag mal. Ich kann nicht. Oh, wie bitter ist das denn bitte? Oh, was war das denn, ey? Oh, Mann. Scheißendreck. Haben die mir meine Münzen geklaut, ey? Oh, wie blöd. Weil ich nicht boosten konnte. Oh, damn, ey. Ähm. Ähm. Ich höre da draußen immer noch Monster. You don't say. Was passiert hier gerade? Ich habe eine Trophäe aufgehoben. Oh, nein. Heb die Trophäe wieder auf. Ich muss schnell zu dem Dude, glaube ich. kurz Ausdauer tanken. Ich hoffe, dass von hier jetzt keine Viecher kommen. Hä? Schnell. Du hast meine Trophäe gefunden. Sportskanone. Sportskanone. Rekrutiere einen sportlichen Typ, äh, eine sportliche Person. Okay, jetzt sind wir zu zweit unterwegs. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, was es bedeutet, dass wir zu zweit unterwegs sind. Den sportlichen Typen haben wir jetzt. Oh, die Mauer hier ist kaputt gegangen. Oh, weia, Alter. Das ist ja richtig... Richtiges, äh... Oh, und hier ist auch eine Mauer kaputt gegangen. Ach, du Backe. Ach, du Backe. Ah, nee, ich hätte erst hinten die Mauer wieder aufbauen sollen, ne? Uh, das ist ganz schönes Management, muss ich sagen. Und schon wieder Empty. Ah. Camp Kingdom. Aber ich muss sagen, das Game, also die Mucke ist mega geil. Ich weiß ja nicht, wie kommt es denn im Chat so an? Mucke, mega nice. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich hier tue. Die Grafik ist unglaublich schön, unglaublich toll. Mag ich sehr, sehr gerne. Mit diesem Riesenberg im Hintergrund. Und wie die Sonne dann von links nach rechts wandert. Voll schön, finde ich. Aber ich brauche halt irgendwie Münzen. Ich weiß halt nicht, wie ich das supporten kann mit den Münzen. Dass ich schneller Münzen farme, außer halt noch mehr Jäger kaufen. Aber ich habe ja, ich habe ja keine, keine, naja, keine Kohle halt, ne? Ich versuche mal die, den Hirsch so ein bisschen zu den Jägern zu treiben. Na komm schon. Nein. Nein. Falsche Richtung. Okay, ich glaube, ich glaube, das funktioniert gar nicht so. Oder? Ne, ich... Obwohl. Jawohl. Hat doch geklappt. Ich gucke mal, ob ich noch einen treiben kann. Ich würde jetzt gerne natürlich noch mehr Kinder anheuern. Aber... Mucke ist richtig gut. Gameklasse. Freut mich. Danke, Thorsten. Musik, schön, Ambiente, Grafik. Sehr angenehm, Aufgabenstellung. Ein wenig verwirrend. Jawohl, mach das platt. Hol mir mein Steak. Hol mir mein Hirschgulasch. Auf geht's. Nein, hört nicht auf zu schießen, nur weil es dunkel wird. Oh Mann. Ah. Ich baue mal hier auf. Wir sind schon wieder alle, ne? Eine Münze. Ja, dann holen wir uns noch ein Kind ran. Das hört sich so falsch an. Es tut mir leid, wenn ich es so ausdrücke, Leute. Es tut mir so leid, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Auf jeden Fall haben wir noch ein Jägerskind. Finde ich gut. Oh nein. Oh Mist, zum Glück haben wir da noch eine Mauer eingebaut, ey. Ui, ui, ui. Ah, jetzt sind wir schon wieder alle. Oh, die Mauer ist aber auch hin auf der linken Seite. Boah, ich brauche Kohle. Ich fühle mich so ein bisschen empty. Ah, und wenn der Dings vorbei ist, dann fangen die an, die Mauer zu reparieren. Vorausgesetzt, die ist nicht ganz kaputt gegangen. Hm, interessant. Ich, 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 ich bin gerade ein bisschen am Eideln, weil mir die Kohle fehlt. Ich hätte vielleicht direkt am Anfang viel mehr Kids rekrutieren sollen. Hm. Aber ich blicke langsam, ich glaube, ich blicke langsam ein bisschen durch. Nee, renn mal in die andere Richtung. Hirsch. Sei nicht so ein Hirsch. Los. Nein, falsche Richtung. Ja, los, go. Ich weiß nicht, ob man das wirklich aktiv beeinflussen kann. Jawohl. Nein. Ah. Los, in die andere Richtung. Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, ich glaube nicht, dass man das irgendwie beeinflussen kann. Großartig. Ja, irgendwie rennt es immer in die falsche Richtung. I don't know. Was haben wir denn hier hinten so? Aha. Nochmal eine Lichtung. Nochmal ein Häuschen. Oh, eine Truhe. Nice. Gut, dass wir hergekommen sind. Jo, okay. Äh, 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 Leute, seht ihr, was ich sehe da an der Tür? Ähm. Okay, Leute, Leute, das Zelt. Oder ist das ein Fahrrad? Jo, Alter. Geil. Aber, ähm, ihr, ihr seht schon das Easter Egg da hinten im Hintergrund? Am, was da an der Tür hängt? Haha, geil. Jason, ja. Ein Jason. Ah, okay. Und hier ist, hier ist das andere Gate. Oh, oh nein. Oh nein. Oh nein, meine Münzen. Oh nein. Meine letzte Münze. Meine Krone. Ah, ach so. Keine Krone, keine Helden. Alter, passend, dass das vor, passend, dass das vor, äh, der Hütte Jasons passiert ist. Ja, Jason hat uns dieses Mal kein Glück gebracht. Ich glaube, du bist Ripp. Ja, ich bin Ripp, glaube ich. Ich glaube, ich werde aus dem K... Ah, okay. Möchtest du das Level neu starten oder mit dem letzten Spielstand vortragen? Nee, nee, ich möchte mit dem letzten Spielstand tatsächlich. Weil, jetzt, jetzt check ich langsam die Mechaniken. Äh, genau. Neuer Tag. Jetzt holen wir uns schnell die Truhe. Wir ignorieren mal das coole Fahrrad, weil mit der Kohle können wir ein bisschen mehr anfangen, als uns ein Fahrrad zu gönnen. Auch wenn das Fahrrad echt cool ist. Aber wir gucken mal, dass wir schnell die, äh, Truhe kriegen am Ende. Aber jetzt weiß ich, was man als Spieler, sag ich mal, ähm, machen kann, um voranzukommen, sag ich mal. Und dann, was mir geht's. Here geht's. Wir sind simile. Wir sind am 19jgili. Aber wir sind bis zum, ö parentheses. Aber wir sind fast jetzt. Das war jetzt. Ich liebe dich. bills praysern. Immer. Ich liebe dich. hose Paris. nam nam. attrib siento Pick. Deine Räume.